Das Skalarprodukt ist eine Verknüpfung von zwei Vektoren, die diesen beiden Vektoren ein Skalar, also eine Zahl, zuordnet. In diesem Video zeige ich dir, wie man aus der Definition des Standardskalarprodukts eine einfache Berechnungsvorschrift herleiten kann. Außerdem zeige ich dir, wie sich diese Definition auch mithilfe der Orthogonalprojektion ausdrücken lässt, denn die ist besonders interessant, wenn es um Anwendungsfälle geht, zum Beispiel in der Mechanik. Los geht's! Das Standardskalarprodukt zweier Vektoren wird definiert über die Länge der beiden Vektoren und den Winkel, der von den beiden eingeschlossen wird. Tatsächlich ist diese Definition ziemlich gut, denn sie lässt sich geometrisch wunderbar interpretieren. Aber praktisch ist es nicht so gut, damit zu arbeiten. Deswegen lasst uns mal kurz eine schnelle und einfache Berechnungsmöglichkeit herleiten von diesem Standardskalarprodukt. Laut Definition brauchen wir dafür auch nur zwei Vektoren, nennen wir sie mal A und B. Und wir brauchen noch den Winkel, der von den beiden eingeschlossen wird, nennen wir ihn mal Winkel Phi. Und jetzt wirkt es vielleicht so, als ob diese beiden Vektoren unbedingt aus dem zweidimensionalen Raum sein müssen, weil ich habe sie ja jetzt auch in diese zweidimensionale Tafelfläche reingemalt. Aber das stimmt nicht. Diese beiden Vektoren können beliebige Dimensionen haben. Sie könnten beide aus dem dreidimensionalen Raum sein oder beide aus dem vierdimensionalen Raum oder, wenn du willst, aus dem 27-dimensionalen Raum. Hauptsache aus dem selben Vektorraum. Und eine Möglichkeit, um jetzt eine einfache Berechnungsvorschrift herzuleiten für dieses Standardskalarprodukt, geht über den Kosinussatz. Der Kosinussatz ist ähnlich wie der Satz des Pythagoras, nur eben für allgemeine Dreiecke aus dem euklidischen Raum. Also dieses Dreieck muss jetzt nicht einen rechten Winkel haben. Okay, wenn wir doch jetzt schon über Dreiecke reden, dann lass uns ruhig noch einen dritten Vektor ergänzen, damit wir hier wirklich so einen Dreieck haben. Und diesen dritten Vektor könnten wir zum Beispiel Vektor C nennen. Oder, du erinnerst dich noch an die Vektorrechnung, da brauchen wir für so einen Vektor nur Endpunkt minus Anfangspunkt. Also könnten wir ihn noch ausdrücken über A minus B. Ist ein bisschen praktischer, dann haben wir weniger verschiedene Vektoren. Und können wir mit denen arbeiten, um die es eigentlich geht. So, dieser Kosinussatz, der besagt jetzt, dass die Länge von diesem Vektor C, also die Länge von A minus B zum Quadrat, dasselbe ist wie die Länge vom Vektor A zum Quadrat plus die Länge vom Vektor B zum Quadrat. Das ist übrigens der Satz des Pythagoras, wenn der Winkel Phi 90 Grad wäre. Aber wenn der Winkel Phi nicht 90 Grad ist, sagt der Kosinussatz, dann geht es weiter. A minus 2 mal der Länge von A mal der Länge von B mal dem Kosinuss vom eingeschlossenen Winkel. Und da siehst du schon, A mal B mal Kosinuss Phi, das ist doch gerade die Definition vom Standardskalarprodukt. Das heißt, wenn wir diese Gleichung ganz einfach danach umstellen könnten und vielleicht diese Terme noch ein bisschen vereinfachen könnten, dann haben wir es geschafft. Und wir hätten eine einfache Berechnungsmöglichkeit für dieses Standardskalarprodukt. Und auf diese einfache Berechnungsmöglichkeit kommen wir. Indem wir einfach mal hier diese Beträge auflösen. Was bedeutet denn eigentlich Betrag? Das ist doch einfach nur Satz des Pythagoras. Also jede Komponente zum Quadrat, dann aufaddieren und am Ende noch die Wurzel ziehen. Obwohl die Wurzel können wir uns sparen aufgrund dieses Quadrats, die canceln sich weg. Also einfach nur die erste Komponente zum Quadrat. Das ist dann A1 minus B1 zum Quadrat. Plus die zweite Komponente Quadrat. A2 minus B2. Plus die dritte Komponente Quadrat und so weiter und so fort. Bis hin zur letzten Komponente. Ich weiß jetzt nicht aus dem wieviel dimensionalen Raum diese Vektoren sein sollen. So und auf der anderen Seite haben wir genau das gleiche. Nur eben A und B einzeln. Also A1 Quadrat, A2 Quadrat und so weiter und so fort. Bis hin zu A N Quadrat. Und dasselbe nochmal für den Vektor B. Also B1 Quadrat. Naja, wir kürzen das mal ab. Plus und so weiter und so fort. Bis B N Quadrat. Und jeweils fallen die Wurzeln weg aufgrund von diesen Quadraten dort. So und dann hinten haben wir noch minus 2 mal AB mal Cosinus von Phi. Eigentlich könnten wir auch diesen Term hier hinten gleich Skalarprodukt nennen. Ja, AB. Ist ein bisschen kürzer. Und das Schöne ist, dass all diese Quadrate, die hier vorne stehen, bereits auf der linken Seite drin vorkommen. Siehst du das? Wenn wir dort diese binomischen Formeln auflösen würden, jeweils in jedem einzelnen Summanden, dann hätten wir sowas wie A1 Quadrat minus 2A1B1 plus B1 Quadrat. Und das gleiche eben auch für all die anderen binomischen Terme hier. Und das bedeutet, auf der linken Seite kommen diese ganzen Quadrate alle drinne vor. Wenn wir also auf beiden Seiten jetzt A1 Quadrat und B1 Quadrat abziehen würden, dann würden die hier alle wegfallen. Und über bleibt im ersten Summanden nur minus 2 mal A1 B1. Und wenn wir jetzt auch noch die anderen quadratischen Terme auflösen würden, dann würden wir feststellen, dass genau all diese Quadrate hier drinne vorkommen. Wenn wir sie abziehen, dann bleiben einfach nur noch über auf beiden Seiten. Minus 2 A1 B1, minus 2 A2 B2 und so weiter und so fort. Minus 2 A N B N, um das mal abzukürzen. Und auf der anderen Seite haben wir noch minus 2 mal diesen Standard-Skalarprodukt. Da gibt es mehrere Schreibweisen für. Ich finde es mit den Spitzenklammern irgendwie am besten. Und wenn wir jetzt noch auf beiden Seiten durch minus 2 teilen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir raus, dass dieses Standardskalarprodukt hier, ich schreibe es mal hier oben hin, A B, sich ziemlich einfach berechnen lässt, indem wir rechnen A1 mal B1. Jeder einzelne Summanden muss jetzt durch minus 2 geteilt werden. plus A2 mal B2 und so weiter und so fort, bis hin zu A N mal B N. Das ist die einfache Berechnungsmöglichkeit für das Standardskalarprodukt. Das bedeutet jetzt also, dass man zur Berechnung des Standardskalarprodukts diesen eingeschlossenen Winkel Phi überhaupt nicht braucht. Und das, obwohl er doch eigentlich in der Definition drinne vorkommt. Und das wiederum bedeutet, dass wir ziemlich einfach solche Aufgaben beantworten können wie Berechne den Winkel zwischen zwei gegebenen Vektoren. Wir müssen einfach nur ausgehend von der Definition hier oben durch die Längen der beiden Vektoren teilen. Lass uns das Ganze mal aus Spaß bei diesem Beispiel hier durchführen. Der Cosinus des eingeschlossenen Winkels berechnet sich über das Standardskalarprodukt der beiden Vektoren, so wie wir es gerade besprochen haben, geteilt durch die Längen der beiden Vektoren. Und das Standardskalarprodukt haben wir gerade eben besprochen, das berechnet sich, indem wir rechnen, erste Komponente mal erste Komponente plus zweite Komponente mal zweite Komponente. Und die Länge von so einem Vektor, die berechnen wir ziemlich einfach mit dem Satz des Pythagoras. Also erste Komponente Quadrat plus zweite Komponente Quadrat und daraus die Wurzel. Und jetzt das Ganze noch für den Vektor b. Erste Komponente Quadrat plus zweite Komponente Quadrat und daraus die Wurzel. So, das heißt, wir haben oben im Zähler minus 1 plus 6 ist eine 5 und unten haben wir 1 plus 4 ist eine 5, also Wurzel 5, mal, hier steht, 1 plus 9 ist eine 10, also Wurzel 10. Ah, und schau mal, hier können wir noch eine ganze Menge zurechtkürzen. Denn 5 und Wurzel 5, die kann man zusammenfassen. Da sieht man dann zum Beispiel, wenn man die 5 umschreibt in Wurzel 5 mal Wurzel 5. Siehst du das? Kürzt sich einmal diese Wurzel 5 raus. Ist ein ziemlich guter Trick, den kannst du dir auch noch für andere Themen in der Mathematik merken. Überbleibt jetzt also nur noch Wurzel aus 5 durch Wurzel aus 10 und laut Wurzelgesetz können wir die Wurzel auch einfach nach draußen ziehen. Da bleibt nämlich über 5 Zehntel ist eine 1,5 und, naja, lange Rede, kurzer Sinn, überbleibt 1 durch Wurzel 2 oder, naja, wenn du denselben Trick hier nochmal benutzen möchtest, nur zum Erweitern, kannst du es auch so hier machen. Denk gerne nochmal drüber nach, wenn du das möchtest. Auf jeden Fall will ich sagen, ist das hier ein ziemlich berühmter Funktionswert von Sinus und Cosinus. Die treffen sich tatsächlich genau in diesem Funktionswert. Der Winkel, der dazugehört, der ist 45 Grad, Pi Viertel. Du kannst natürlich das jetzt merken oder auch einfach das Ganze mit dem Taschenrechner berechnen, wie du möchtest. Oft wird auch als Definition für das Skalarprodukt die orthogonale Projektion benutzt. Schauen wir uns nochmal genauer diese beiden Vektoren A und B an, beziehungsweise diesen Winkel Phi, der von beiden eingeschlossen wird. Wenn man jetzt den einen der beiden Vektoren orthogonal, also im rechten Winkel, auf den anderen drauf projiziert, weil zum Beispiel jetzt von oben im Zenit die Sonne scheint, dann sieht man doch, dass auf dem Vektor A jetzt ein Schatten liegt vom Vektor B. Und dieser Schattenvektor, den nennt man die orthogonale Projektion von B auf A. Wenn dich das Thema näher interessiert, schau dir gerne nochmal das Video dazu an. Auf jeden Fall hat jetzt diese orthogonale Projektion die gleiche Richtung wie der Vektor A. Nur eben, dass diese Projektion etwas kürzer ist oder mal auch etwas länger. Oder wenn der Winkel Phi größer ist als 90 Grad, dann zeigt er auch mal in die andere Richtung. Vollkommen in Ordnung. Um jetzt einen Zusammenhang zu dieser Definition hier oben herzustellen, brauchen wir eigentlich nur noch den Kosinus vom Winkel Phi. Und in einem rechtwinkligen Dreieck ist der ziemlich einfach definiert. Ankathete durch Hypotenuse, also die Länge der orthogonalen Projektion B auf A geteilt durch die Länge von B. Und wenn wir das Ganze jetzt dort oben einsetzen, dann bekommen wir was ziemlich Interessantes raus. Das Skalarprodukt von A und B berechnet sich dann nämlich auch über die Länge von A mal, und jetzt setzt das dort ein, mal B durch B kürzt sich weg, mal der Länge der orthogonalen Projektion. Also, die Länge von dem Vektor mal der Länge von diesem Vektor ist gleich dem Skalarprodukt von A und B. Beziehungsweise kannst du auch A auf B orthogonal drauf projizieren, dann hast du die Länge von B mal der orthogonalen Projektion von A auf B. Das ist auch möglich. Aber in beiden Fällen, egal wie du das Skalarprodukt definierst, erkennt man, dass so ein Skalarprodukt maximal groß ist, wenn der Winkel Phi gleich Null ist, Cosinus von Null gleich Eins. Für alle anderen Winkel, die danach kommen, ist der Cosinus kleiner. Beziehungsweise hier, dieser Vektor ist maximal lang, wenn der Winkel Phi gleich Null ist. Aber, dieses Skalarprodukt ist auch minimal, wenn die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen, im rechten Winkel. Das bedeutet, wir können direkt als Folgerung daraus nehmen, dass zwei Vektoren im rechten Winkel aufeinander stehen, genau dann, wenn das Skalarprodukt der beiden Vektoren gleich Null ist. Das kannst du dir auf jeden Fall merken, als super wichtige Eigenschaft von Skalarprodukten. Und diese Definition, die wir uns hier gerade angeschaut haben, die hat besondere Anwendungen in der Physik. Hier mal ein etwas idealisiertes Beispiel. Stell dir vor, auf einem Fluss fährt ein Schiff und parallel zu diesem Fluss führt eine Straße entlang, auf der ein Auto fährt. Jetzt stell dir mal vor, dass dieses Schiff entlang des Flusses, also entlang dieses Wegvektors, vom Auto gezogen wird. Dann heißt es, dass hier so eine Kraftwirkung besteht vom Schiff Richtung Auto. Physiker und Ingenieure, die wissen jetzt, dass die geleistete Arbeit sich ganz einfach berechnen lässt mit Hilfe von so einem Skalarprodukt vom Kraftvektor und vom Wegvektor. Beziehungsweise wissen wir jetzt, dass wir dieses Skalarprodukt auch dank der Definition ganz einfach umformen können in Betrag des Wegvektors mal Betrag dieser orthogonalen Projektion vom Kraftvektor auf den Wegvektor drauf. Physiker und Ingenieure sprechen bei dieser orthogonalen Projektion von Kraft auf Weg auch gerne mal von der Kraftkomponente in Richtung des Weges. Aber was bedeutet das denn eigentlich, die Kraftkomponente in Richtung des Weges? Das ergibt doch nur dann Sinn, jetzt wird es mathematisch spannend, wenn wir hier ein Koordinatensystem haben, in dem wir dann zum Beispiel sagen können, dass die Kraft gerade x-Schritte in Richtung der einen Koordinatenachse wirkt und y-Schritte entlang der anderen Koordinatenachse. Was ich dir jetzt mit diesem kleinen Beispiel eigentlich nur sagen möchte, ist, dass erst die Wahl von so einem Koordinatensystem das Skalarprodukt festlegt und erst die Vorgabe von so einem Skalarprodukt den, sagen wir, richtigen Rahmen für zum Beispiel die euklidische Geometrie bietet. Heißt es dann jetzt auch, dass es mehr als nur ein Skalarprodukt gibt? Beziehungsweise heißt es, dass es auch mehr als nur eine Geometrie geben kann? Ja, im Grunde ist es genau das, was ich dir mit diesem Beispiel hier sagen wollte. Nur da wir uns gerade am Rande der Schul- bzw. Universitätsmathematik befinden und auch im Übergangspunkt von verschiedenen Themen der Mathematik, würde ich sagen, lass uns an dieser Stelle erstmal abbrechen und solche Themen in anderen Videos weiter vertiefen. All das, was du hier oben siehst, das, was wir besprochen haben, ist das, was du unbedingt über das Skalarprodukt wissen musst. Viel Spaß und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich zufällig demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere Online-Kurse von mir zur Klausurvorbereitung verlinkt, mit denen schon mittlerweile über 3000 Studenten ihre Prüfungen bestanden haben. Wenn dir das Video weitergeholfen hat oder du möchtest, dass in Zukunft weitere Content erscheint, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.